Herzlich Willkommen hier bei also Klagemauer TV Lützebursch. Die Damen und Herren der 14. April 2014, hat den deutschen Fernseher an der Tagesschau zuhören vom neuen CIPRI-Bericht über Trüstungsdeponsen von verschiedenen Ländern abgedeilt. CIPRI steht für das schwedische Zentrum, Stockholm International Peace Research Institute. An diesem Zentrum geht Forschung gemacht über Konflikte an der Frieden. Wenn ihn nur guckt, wie die Tagesschau diesen Bericht von der CIPRI analysiert wird, dann gehört ehemal mehr deutlich, weil uns westliche Medien keine Gelegenheit auslösen, für unbeleifte Länder wie zum Beispiel am Moment Russland, als eine Bedrohung durchzustellen. Den Terror von dieser Tagesschau-Mattdeilung wird so geklungen. Russland und nach einer Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien heissen hier Rüstungsausgaben, während der Westen sie reduziert. Aber guckt ihn sich, dass die Zahlen ein bisschen mehr genäht und der Text, das in seinem Gesamtzusammenhang betrifft, der kann ihn am Mose des Zahlen auch noch ganz anders interpretieren. Und zwar, das Land, wenn man den Aufstand, die meisten Rüstungsausgaben verweist, eng zusammen von 640 Milliarden Dollar, laut diesem Bericht, das einmal wie dann einmal durch ist. An das trotz der grossen, massive Staatsschulden, die eigentlich trotzdem hinweisen, dass gross Spurmaßnahmen bei ihnen notwendig wären. Russland dagegen, was seine Schulden deutlich aufgebaut wird, hat nur der Schätzung vom Institut 87,8 Milliarden am Jahr 2013 ergesagt, was nämlich 13,1 Prozent von den Rüstungsausgaben von den USA ausmischt. Trotz diesem grossen Unterschied, und trotz der Tatsache, dass Ziele von China und Russland nehmt eine Schätzung sind, geht Tagesschau für eine Allemobtroll von diesen zwei Ländern an, und betont, dass Russland durch Modernisierung von seiner Armee eine Voraussetzung schärft für eine mehr aggressiv Ausserpolitik. Aber ob die USA, die allein mehr wie ein Drittel von der gesamten weltweiten Rüstungsausgaben aufweist, die seit Jahren eine extrem aggressiv Ausserpolitik betrifft, ob die USA geht Tagesschau so gut wie gut nicht an. Und so die Damen und Herren, wird durch e-seitische Analysen ein Freundesbild gemalt, an der für ihre Tatsache erwächt zu täuschen, dass für in allem der Westen die aktuelle Konfrontation mit Russland Europäischueren hat. Für die mindestens Zuschauer, dass es unbedingt wichtig ist, zu allen Berichten, die vom Mainstream können, auch Gegenstimmen zu kriegen. Dafür sprechen wir von unserem Sender und weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eddie